Ja, Ulm, hast du schon Angst vor mir? Ja, ich hab Angst. Gut, das solltest du auch. Warum zitterst du so, Ulm? Weil ich Angst vor Schalke habe. Hä, warum? Weil ich heute gegen Schalke spiele und Schalke gut ist. Du hast ihm noch nicht erzählt, wie du momentan abkalkst? Nein, und du wirst ihm das auch nicht erzählen. Ah, sei mal ruhig, Junge. Ulm, guck dir mal die letzten Ergebnisse von Schalke an. Hä? Das ist ja voll schlecht, Alter. Ach, nee. What the fuck? Und ich hatte Angst vor dir, Junge. Ich nehm' die Schürte auseinander. Boah!